ja mach die Antwort, hallo? Mach du. Mach du, da vorne ist schon ein völligster Punk ab und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Staffel von ARK, also bei mir eine neue Staffel, beim Lompi wahrscheinlich die erste Staffel zu ARK. Wir spielen gemeinsam im Koop mal wieder, let's play together, die ARK Island, Krabbel, Simulator. Der kommt näher, Alter. Ich habe Angst. Tom, wo bist du? Schakal, rette mich. Ich bin genau auf der gegenüberliegenden Seite am Strand. Also hinter dir ist ja das Geberge und vor dir müsste irgendwo eine Zitadelle zu sehen sein und da bin ich am Strand. Alter, ich rette jetzt hier erstmal irgendwo lang. Jawohl, ich komm dir entgegen. Links am Stein vorbei. Links am Stein vorbei. Ich bin rechts am Stein vorbei. Hi, hi, hi. Lass uns mal hier verstecken, die machen da immer noch Rabatt. Ich will ja weg. Alles klar. Und schon geht's los. Jawohl. Erstmal krabbeln, Krabbel. Alter, da waren so ein großer Sorakko oder was das auch immer war und dann war da noch ein Skorpion und was weiß ich nicht, was da noch war und ich teilt auch selbst war ein Kano, ein Kano, ein Direwolf, ein Skorpion. Also völligst, völligst krass hier. So. Okay, ich glaube hier, jetzt bin ich erstmal serv und kann mir erstmal... Alter. So, wir müssen uns natürlich jetzt erstmal überlegen, was äh, in welcher Location wir bauen. Das war... Äh, da vorne ist ein Arschlochvogel. Ja, da kann sich erstmal verpissen. Ich brauch Steine. Wie es hier aussieht. Oh, ich hab gekackt. Ich hab die völlig aus den Augen verloren. Wir haben ihn auch direkt vergessen. Irgendwie. Achso, ja, ein Stamm zu eröffnen. Warte. Ah, davon hab ich dir auch. Hallo. Hallo, Uranita. Uranita, alter. Machst du den Stamm auf? Ich hab dich, glaube ich, eingeladen. Einladung. What's? Boom. Du warst ja geile Nippel. Jawohl. Aber? Für die, die es sehen wollen? Moment. Nippel. Achso, ja, ich kann ja auch mal meine... Oh, ich kann auch mal kurz anmelden. Dann kann man mal hier... Das ist Uranita. Hallo. Oh, jetzt hat sich mein Fernseher abgeschaltet. Ich hasse ihn. Ruiz. Ich weiß schon wieder nicht, wo du bist. Ich sammle Steine. Moos, Steine. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Jetzt. Komm runter. Oh, Level ab. Ich mach mal Klamotten. Alter, ich hab... Ich hab... Ich hab Kämpfe. Warst du das? Ja, Mann. Ich mach jetzt erstmal hier... Warte mal. Ich mach jetzt erstmal hier Gesundheit. Dann direkt ein Sperr landet. Und jetzt kriegt er gleich erstmal ordentlich Ende vom Kopf. Scheiße. Ich treff den... Der klaut mir meine ganzen Bären, der sagt... Komm runter. Und es geht schon wieder los. Alter. Der geht doch vor den Typen. Halt mal weg. Digga, der kann fliegen. Ja. Wo bist'n du überhaupt? Da hinten. Oh, ich bin schon am verrecken. Ja, siehste. Haben wir nämlich schon ein Problem, wa? Was machst du da eigentlich? Ich mach dir hier Klamotten. Da, da kommt der Witter. Da kommt der Witter. Der hat meine Hose geklaut. Okay, jetzt... Das ist jetzt... Jetzt wird's persönlich, mein Freund. Wo ist er? Vor allem frisst er deine Hose. Wo ist er denn noch? Jetzt wird's persönlich, mein Freund. Na, komm ran hier, du Assi. Ich hau dich mit meiner spitzen Hacke. Ne, der hat... Der hat irgendwie nur auf mich gefixt. Ne, der hat ja auch mich eingetreten. Der hat eine Akku-Plan geklaut und gefressen. Vielleicht, vielleicht stürzt der gleich ab. Ja, ich komme mit. Lass uns einfach mal abhauen. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Überm Feuer. Ach, daneben. Das kann ich jetzt hier. Jetzt hat er dich angegriffen, so'n Sack. Ich muss ja direkt mal das... Fooden hier raus... Snacken. Ey, man trifft den aber auch einfach nicht, oder? Weil ich glaube, da kannst du jetzt so weit weglaufen, wie du... Alter! Haha, mein Freund. Headshot, sag ich da mal. Assi. Oh, da boxt dich so richtig schön. Hast du dich gleich bekackt hier, oder? Verfreude, Junge. Menschliche FK... Menschliche FK... Warte mal, kann ich sie in der Hand nehmen? Haha, ich glaube, den nächsten Dino werfen. Tatsache, die kannst du werfen. So, Bi, dreh ich mal rum. Warte, 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 warte. So. Hi. Fang. Äh... 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 Achso. Wir haben jetzt ernsthaft mal 14 Minuten nur damit verbracht, diesen hässlichen Kackvogel zu killen. Oh, ja. Aber immerhin schon 33... Ne, immerhin... Aber immerhin schon 33 Leder. Hast du für fiese Augenbrauen, ey. Also, ich bin... äh... Urandela. Hm, voll das Motoropfer. Ja. Nicht zu vorwechseln mit Urandela. Oh Mann. Ich habe schon dann das... Ähm... Element Uran gedacht. Ich dachte zuerst an den Namen Neptun, ja. Aber dann dachte ich mir, naja... Vielleicht ein bisschen zu sehr Klischee. Klischee. Klischee? Ja. Ich höre Dodo. Ne, 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 ne. Wir haben doch hier noch Fleisch. Lass den am Leben. Kling. Der sieht aus wie eine Ente, alter. Guck dir mal die Farbe an. Wie da hinten so die eine Feder raushängt. Jo, lol. Am Hinterkopf. Ich glaube, der hat sich geprügelt mit seinen Freunden. Hier ist noch ein Dodo. Und noch ein Dodo. Und noch ein Dodo. Und noch ein Dodo. Dodo ist ja... It's the Dodo Family. Dodo, den lobe ich mir ab. Dodo ist da. Oh, hier klingt's doch, ähm, verlockend. Hier oben auf dem Steinplateau. Wäre vielleicht cool. Hm. Ist nur die Frage, wie kommen wir an Crystal Meth? Kochen. Junge, kochen. Hahaha. Vielleicht zeigt er auch mal aus wie eine Taube, nicht wie eine Ente. Der kekkt sich. Alter, guck mal hier. Was, 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 was? Ja, man. Na hier. Ja. Hier ist Water. So mitten in se, in se Wald. How nice. Was that denn? Oh shit. Ähm, tschüss. Ich bin weg. Lauf, Lampi. Kommst du mir hinterher? Ja, ja, ich bin hinter dir. So, jetzt auch mal nach links. Jetzt kommt dieser Hardcore-Bloon. Hier ist auch Wasser. Hier ist ein Wasserfall. Ich höre ihn. Ganz klar und deutlich. Jawohl. Äh, ist das ein kreisrunder Wasserfall? Wie kreisrund? Ich kenne doch kreisrunden Haarausfall. Ja, guck doch mal zu dem Waterfall. Das sieht irgendwie strange aus, ja. Warte mal. Das ist doch der Abgrund zur Hölle, den wir hier gefunden haben. Ah ne, doch nicht. Jetzt sieht es wieder normal aus. Oh, hi. Hi, wir haben ja vielleicht an dem Fuße des... F... 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 Am Fuße des... Warte mal. Oh, äh, ja. Das sieht eigentlich relativ entspannt aus da unten, oder? Ja, mit einer Schildi. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir hier runter springen sollten in das Wasser. Soll ich es ausprobieren? Ich opfere mich. Ja, okay. Du beobachtest das Ganze? Freilich. How horny is dat denn? Puppe ist er unten. Oh, ist das Dreck. Ja, da hat er noch richtig reingekackt, habe ich das Gefühl. Also das ist mal richtig heftig dreckig. So, ich komme nach. Achtung. Kann ich? Jawohl. How horny is dat denn? Now let me see your war face! Wie so'n Affe. Ach, dann machen wir hier einen Weg bei. Ich hatte nur ein bisschen Angst, dass ich auf der Schildkröte lande. Wie so'n Nadelkissen. So, jetzt ist die Frage, links oder rechts? Am Wasserfall? Ja. Und dann eine schöne Brücke. Ich glaube, rechts ist ein bisschen ebener, oder? Da vorne ist ein Spooky-Dino. Ja, die sind ja nicht das Problem. Ja, aber den werde ich vielleicht gleich mal weghacken. Komm her, Freund. Na? Freund. Kiki-kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Eigentlich ist das eine relativ gute Idee, denke ich. Wir haben ja auch einen Dodo. Guten Tag. Guten Tag, Herr Dodo. Bitte gehen Sie weiter, wir kaufen nichts. Sieht das nicht schön aus mit diesem wunderschönen Wasserfall? Das sieht nicht nur wunderschön aus, das klingt auch wunderschön. Ich mag dieses Rauschen. Das zarte Rauschen. Ein Wasserfall. Es ist wichtig, dass du das auch richtig betonst. Der Wasserfall. Nee, ja, wie hier, Störser. Den baue ich mal, wo baue ich denn den hin? Wo baue ich denn den hin? Der Börser kommt wieder in die Ecke. Jawohl. Minimal. Nee, das ist zu minimal. Ja, so. Was? Open your inventory. Park in Stein, rein und ein Bies gehen von die Feuerstein. Machen. Dienst. Und machen Booms. Ja, hier ist ein Lagerfeuer. Ja, das habe ich mal ganz heimlich da am Gras platziert. Machen wir das direkt mal an. Machen wir das mal an. I got an idea. Because I'm so krass. I got an idea. That's just what I need. Ich gehe Steine hauen. Oh, Alter, habe ich den zu hauen, Junge. So, Toto. Das ist ja wirklich ein Muskel-Uberer. So, Toto, wenn du jetzt hier meine Axt läufst, bist du selber dran schuld. Was, wenn du durch meine Axt läufst, bist du selber schuld? Na, wenn ich hier am Zwirbeln bin. Feuersteinsen. Ich bin ja nur ungern Spielverderber. Aber? Wir sind schon weit über der Zeit. Was? Lass mich noch ein Narkosemittel lernen. Oh, fuck. Machen. Machen, meine ich machen. Hast du noch Narko-Bären dabei? Ich, äh, ja. Pack dir mal in den Mörser. Please. Da. Ansonsten sehen der Lompi und ich uns dann in der... Ansonsten sehen der Lompi und ich uns dann wieder in der nächsten Folge von Ark. Also macht's gut. Bis dahin. Haut rein. Tschüssen.